Mein Name ist Thomas Rieger, ich bin der technische Betriebsleiter der Firma Aerotechnik Siegward GmbH. Und wir suchen dich als Elektriker, Elektroniker oder Elektroinstallateur. Du solltest eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und eventuell auch schon Berufserfahrung. Hallo, mein Name ist Andreas Schickhofer, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Firma Aerotechnik Siegward in Friedrichsthal. Wir fertigen hier an unserem Standort in Friedrichsthal mit 180 Mitarbeitern seit 1975 lüftungstechnische Komponenten. Darunter kann man verstehen einfache Rohrleitungen. Das geht dann bis hin zu komplexen Regelelementen wie beispielsweise Volumenstromregler. Wir suchen Sie als Betriebselektriker, wobei dabei Ihre wesentlichen Aufgaben darin bestehen werden, dass Sie einfache Installationen vornehmen, Maschinen reparieren werden, aber auch von uns insbesondere neu entwickelte Maschinen entsprechend nach Anleitung aufbauen werden. Mein Name ist Matthias Sammann, ich bin Elektrotechniker bei der Aerotechnik Siegward und bin seit fünf Jahren hier im Betrieb. Sein Schwerpunkt in der Betriebselektrik sollten sein hier in der Aerotechnik Siegward die Installation in der Elektrotechnik, der Schallschrankbau nach Planung und die Instandhaltung von elektrischen Maschinen. Du profitierst hier bei uns von einem kollegialen Umgang und einer flachen Hierarchie. Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Bezahlung und selbstverständlich auch Weihnachts- und Urlaubsgeld. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und uns ist jeder Mitarbeiter wichtig. Wenn wir dich neugierig gemacht haben, klicke auf den Link, beantworte ein paar Fragen und ich melde mich umgehend bei dir.